Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, so wie du warst, zwei, zwei. Und heute haben wir den vierten Integue Code. Endlich, dann fehlt uns nur noch der von Siggi. Aber, oh nein, wo ist dann wieder die Retrowelt hin? Kommt die nur, nur am Wochentag. Nur am Wochenende. Ja, gut. Gut, einfach nur. Ja, mit dem Integue Code, wir gucken jetzt auch am Mittwoch einmal nach. Ja, gut. Einfach nur genial von mir. Ja, wer denn jetzt am Fertig sein kann, das ist schon jetzt auf das X geklickt. Okay, ich hab mir schon mal ein Video gemacht. Da wieder Bearbeitung. So. 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 Aber, was wir immer noch mehr außerhalten müssen, was steht hier immer noch rum? Hm. Ich bin nur die Retrowelt. Und wenn ich glaube, wann die Retrowelt wiederkommt, weiß ich nicht. Ich bin nur die Retrowelt. Ich bin nur die Retrowelt. Ich bin nur die Retrowelt. So. 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 so dann würde ich vorsagen was das dann von dem part weil da gehen wir noch mal nachgucken noch mal so dann da